Herzlich Willkommen zu Vlogmas Tag 3 und einen schönen ersten Advent, liebe Leute. Wir haben aber noch nicht die erste Kerze angezündet. Ne, die Kranz haben wir noch nicht. Wir haben zwar eine da brennen, aber die duftet nur. Und was hält es davon, wenn wir einfach mal die vier Kerzen und den Adventskranz nehmen und gerade jetzt das mit denen machen? Soll es so spontan sein. Kennst du das? Der zweite Kaffee ist natürlich durchgelaufen und der Mann will, dass ich spontan bin. Ja und? Mach das nicht so kaputt. Oh, da kratzt aber irgendwas schön da drunter. Oh ne, hör auf! Ja gut, der Tisch ist eh schon zerkratzt. Hör auf! Schatzi! Schatzi! Stop it! Und dann kommen auch endlich mal die Pfingstrosen weg. So, kommt dann ein kleines Teelicht rein. Sieht doch ganz hübsch aus. Okay, soviel zum Thema. Das war die Spitze vom letzten Jahr. Ich hatte die sogar schon in voller Verzweiflung mal so Trash-Terracottat. So, ich habe noch eine kleine Gnomparade zum Aufstellen und dann schmücken wir jetzt den Weihnachtsbaum. Dann wieder mit dem Weihnachtsbaum.